ja was geht ab jetzt kommt zu einem neuen video und somit zum neunten teil hier auf meinem kanal ja vorher ein starten würde ich sagen holen wir noch mal eben schnell unseren kostenlosen daily skin ab bitte legendär bitte ich hasse dieses spiel ja immerhin ein bisschen gutes haben wir krass nichts gutes bekommen jetzt haben ein von den nix haben wir bekommen nix 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 und hier werden doch irgendwas gutes in die erste runde des morgens übrigens es ist gerade 9 43 ja warum tue ich das eigentlich bestanden rein jungen wohl ich warst du die lege schickte sie brett dann ja ich hätte krass auf diese plattform springt dann lieb er ist tot also ich bin gespannt ob wir komplett die folge nur am gewinnen sein werden beziehungsweise noch ist die erste runde krass nicht zu ändern also jetzt wird die erste richtige komplette runde ist ja noch nicht zu ende schauen wir an okay die chillen alle noch weg umstecker die sind alle weg näher bis auf die die hat zwischen er steht noch am arsch der welt haben er ist tot er ist weg aber schauen wir hierzu da sind nämlich anscheinend die ganzen gewinner da oben rennen noch ein paar es weg vier leute können noch rein jetzt kann noch einer rein wer wird das machen da hinten laufen ein paar mein gott die haben alle reingeschissen ja doch okay astronaut ab ist dann wer ist astronaut habe es laber ich egal zweitrunde 1 1 bitte eine geile mit die nicht kacke ist ich hasse diese ist damit ist mit autos was habe ich verpasst was habe ich bitte verpasst bitte sagt es mir was habe ich verpasst welches update habe ich verschlagen er ist tot ne ich bin ich bin man wird auch gefühlt als lightrider wenn man darüber springen wenn ich bin fast weg wieso habe ich da so ein ausrufezeichen beim ping soll das jetzt auch nicht dass mein ping gleich rein schweiz der sonst gott sich oder ja aber da wurde es laberlich weil ich warum ist man so ekelhaft langsam mit diesen autos ja das gibt zwei runden egal wir sind erster zweiter bin ich bin zweiter ja es ist tot ne ich bin welt geflogen ich bin welt geflogen ja ja Alter, das hat gerade kurz gelegt. Das hat man sogar auf der Aufnahme jetzt gesehen, dass es kurz gelegt hat, oder? Ich nehme hier den Boost. Da sind sogar zwei Leute, drei Leute, doch, drei Leute, kommt jetzt noch ein. Hinten irgendwo fährt der Rest, ah, hier ist noch mal einer. The Chicken Wing kommt jetzt auch noch ein. Ja, er erfahre ich komplett gegen die Mauer, ey. Was du, die Jungs, das du. Grunde vorbei. Woher kann man jetzt? Oh ne, ich wollte nicht da noch im Finale, Digga. Ich hoffe, ich habe Noobs hier drin, Digga. Ich hoffe, das ist jetzt alles Bots, Alter. Ich weiß, es müsste sogar Bots sein, weil das ist ein komplett neuer Account. Ich glaube, das ist jetzt die Mitte, Digga. Ich bin einfach der Beste. Okay, erste Runde gewonnen. Okay, erste Runde gewonnen. Erste Runde gewonnen. So muss das. Das kann ich glaube, der dritte Runde schon spielen. Kippel 5, kriege ich nochmal was. Geh rein in die nächste Runde, du, ich sage, in die nächste Runde der nächsten Runden. Was labere ich eigentlich, Digga, bitte, 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 oh, was labere ich, die Fahrein. Ja, ich bin tot, ey, ich bin weg. Ich bin weg, Digga, ich bin gerade beglust geflogen. So, jetzt aber geht das Ding da einfach wieder hoch, während ich doofen glaube, was für ein gottloses Teil. Ich bin zu hoch. Ja, ich bin. ich bin ich bin kurz geflogen ja was das ist okay not see they are really okay at bankrupt skinner but these are organisation lieb ich bin doch noch mal nur halb vor ende bitte laser tracer bock drauf laser tracer was zum ich hasse diese wird schon also kurz kurz um zu sagen worum es hier geht ihr müsst diese münzen sammeln und je nachdem wie viele münzen ihr habt auf deren dessen auf dem platz seid ihr dann halt man sieht jetzt ich bin erst noch das wird sich wahrscheinlich gleich wieder ändern und ja darum geht es ja eigentlich in diesem modus man kann halt auch entscheiden ob man jetzt auf eine andere ah ich bin tot digga also man kann halt auch theoretisch entscheiden ob man auch auf eine andere map gehen möchte also halt man sieht hier hinten geht es auch noch weiter da sind auch noch andere map abschnitte und so also man muss nicht unbedingt immer auf der ein map bleiben auf dem und sport man kann jetzt auch zum beispiel rüber weg sind ich könnte jetzt auch zum beispiel aus sonne eis welt gehen theoretisch und da einfach die dinge holen aber ich bleibe hier hier ist chilliger vor allem muss man halt hier diesen bomben ausweichen das finde ich halt geil an dieser map vor allem findest du meiner meinung nach sind hier viel mehr viel mehr münzen meiner 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 das war nie viel mehr ein eis die muss mit den ersten platz ja ich bin tot weiter wer ist er oder chrome chrome acting chrome chicken chicken chrome ja ich bin tot ne ich bin tot ne ich bin ich bin tot tot was für die scheiße hier der ex weg digga ich schaff das nicht ich konnte das war richtig oder er ist tot ich konnte das aber richtig gut dass ich da auch auf dieser dinge ist raus springen konnte aber irgendwie nicht schlecht doch eine runde geht noch eine und die noch ja starten ein wenn man hat das sogar gehört ich habe mein handy auf den tisch geknallt ist beste lebende ich hoffe dass ich in dieser folge noch laser tracer bekommen laser blocktisch oder lava land ist meine lieblings map lava land könnte ich die zocken und ja schon nicht schauen ob wir jetzt ja ich bin tot das war gerade der bahnhammer das war gerade der bahnhammer ich bin tot jungen keine gegner für mich auch letzte runde ich bin gespannt ich bin gespannt ob ich hier etwas reißen kann jetzt bin ich mir da ich bin froh wahrscheinlich kann gott halbes land hinter dem eintübender ninja rabbit bitte laser tracer oder block der ist oder lava wobei lava land das geiler für finale muss ich sagen lava land ist geil für finale ich prädikte rechts oder links also irgendwas rechts oder links war mitte ist es nicht da habe ich schon nichts gesehen und rot schauen welche seite es ist ich prädikte irgendwie rechts aber irgendwie habe ich angst dass es links ist ich habe irgendwie das gefühl dass es links und ich gehe gleich nach rechts ich kenne mich doch ist kamer digga das ist einfach kamer gewesen das kamer schneller zugeschlagen hat 20 nicht aus der dinge bitte los du bist einfach der beste einfach der beste weil ich sag noch ist es links und ich gehe nach rechts auch ich gehe trotzdem allerdings und es ist links einfach der beste digga einfach der beste einfach der beste jahre wohin mit dir wurde ja genau in die richtung ist ja ich dachte gerade der eine ist dann links geleiter rechts gelaufen vorliegt das sieht bei mir halt einfach so aus als wäre ich ja nicht drüber dabei bin ich dritten dann kann ich da ich kann sogar noch theoretisch laufen alter ja ich glaube aber zum ziel er ist ja er ist raus sorry bro, du bist raus I'm so sorry sorry not sorry so wird der Butti jetzt sagen der hat dieses Video krass nicht sehen wird es wird den Tod er ist fast die Flucht was ist er ist gut ich bin tot ja ich bin zu er und ich hasse manchmal diese ich bin tot ich bin weg ich bin tot doch diese egal das war es mit diesem Video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein abo da schaut gerne mal bei ja das habe ich ja schaut auf instagram vorbei schaut bei tik tok vorbei soll ich gerne den disco server link unten alles in der video beschreibung verlinkt so leute ich würde sagen haut rein bis zum nächsten mal bis denn tschüss bis zum nächsten mal